Wie alles geschah. Der Herr hier in Weiß. Sind sie Triade? Nene. Ah, okay. Ich dachte, sie sind Asiaten und haben einen kleinen Schwanz. Nene. Okay. Aber ich habe gehört, dass sie immer kleiner sind. Oh, da mag jemand wohl das was nicht. Oh, dein Ernst? Und sie haben ein Gewinner. Aber stell den Burrito weiter weg, Digga. Dann läufst du hin und sagst, fahr mich mal bitte in Casino, ich verkauf dir, da steht ein Wagen. Ich sage den Benzen, ich sage den Benzen habe ich. Angeblicher Benzen, Digga. Soll ich das ein Popschen? Soll ich sagen, der wurde abgeschleppt? Warte, ich mache es mal Dispatch, Digga, weil wir hier sind. Ja, ja, ja. Ich habe schon kopiert. LSP, Hilfe, blaue Fahrzeuge. Warte mal, soll ich jetzt? Wie kommt man jetzt? Wiss ich jetzt machen? Ja, ja. Wiss ich jetzt machen? Los. Los, 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 Jungs. Ein llamar, gib einen Ball. Ein llamar, gib einen Ball. Ein llamar. Gebe ihn durch. Hand hoch oder was. Hand hoch oder was. Hand hoch. Ey, mach die Hände hoch! Ey, da liegt alles! PUSCHEN! Ja, ehrlich! Wir gefickt, Digga, komm! Ey, nie hau! Ich schlauf Taxi auf! Ich bin Taxi auf! Ja, wir haben die Kurse weggeschaut mit dem Fitna gemacht! Ich bin Taxi auf! Ach so, scheiße! Los, los, los!